Servus Leute, kleines Update, warum es im Moment nicht so viele YouTube-Videos gibt. Ich habe die Grippe seit letzter Woche und bin dann auch dabei, mich auszukurieren. Und deshalb sind meine Streams auch eher ein bisschen aus Sparflamme. Und dann entsteht halt auch nicht so viel YouTube-Content, den ich hier veröffentlichen könnte. Aber ich habe noch ein Video von vor circa einer Woche, bei dem ich auf Reserve a Gluha gejagt habe. Ich habe ihn auch erwischt und ein bisschen PvP gab es auch noch. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ja, viel gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch.tv. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Kommentar. Lasst mal ein Follower. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ich fand eigentlich, dass die ganz gut ging. 5-4-5. Und mit PS und PP. Es hat nicht geleckt. Ist er jetzt da? Ist er nicht da? Ich weiß nicht. Der erste Boss, der jetzt ins Spiel kam. Der Schaller. Der Schaller. Der hasst jetzt den Spawn da hinten. Oh, er ist da. Er ist auf jeden Fall da. Wir laufen jetzt da am besten hin, das ist die Frage. Ich bin jetzt 99% sicher, dass er da ist. Ah, boah. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe gerade gedacht, ich hätte Gluha schreien hören. Das erste war er, ja. Ich schreie nicht mehr. Ich schreie nicht mehr. Okay. Normaler Scheff. Er ist es! Er ist unten. Er ist auf jeden Fall unten. Er ist unten. Er ist unten. Er ist hier irgendwo. Oh Gott, ich gehe gleich sowas von drauf. Er ist unten. 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 Okay. Er ist unten. 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 Let's go. Er ist unten. Er ist unten. Er ist unten. Er hat halt eine Wache weg. Er ist unten. 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 unten. Er ist unten. Er ist unten. Er ist unten. hat sich gelohnt doch ja mal Kein Voodoo, ja, das Voodoo ist viel wert, das stimmt. Haben wir so viele Scaf-Player? Das waren glaube ich keine Scaf-Player, aber ja, die kommen recht früh, auf jeden Fall. Aber den verdammten Gluha im, keine Ahnung, im dritten Anlauf kann ich mit arbeiten. Gibt Schlimmeres, ganz ehrlich. Der einzige Boss, der jetzt noch fehlt, ist Sturmann und dann fehlen mir halt noch einige Items tatsächlich. Wir gehen jetzt dann ein bisschen auf Streets, würde ich sagen. Reicht, bossen. Wir gehen auf hier. Aber war ein spannender Fight. Ich hab halt gesehen, wie er da stand. Ich hab auch seinen Kopf kurz gesehen. Ich hab was. Hey, Domi. Ey, jetzt bin ich ernsthaft. Wieso ist denn der nicht tot gewesen? Ich habe dem so ins Gesicht geschossen. Die standen aber auch schön mittendrin, ne? Ah, ich habe ihn. Da liegt er. Nice. Geh mal. Nicht mal looten, Alter. Soll ich die looten? Für was? Die liegen mitten auf dem Feld. Mitten auf dem Feld. Danke für die 100 Bits. Danke fürs GG. So. Da waren echt noch schöne Dreier-Truppe weggebracht. Okay. Am Ende. War echt ein spannender Raid. Machen wir mal YouTube draus. Komm, machen wir mal YouTube draus. Verewigt euch. Wird das? Das habe ich schon, ja. Da auf dem Platz looten. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Ich habe ihn übrigens genaded hier. Habe ihn genaded. Genau mit der Impact-Granate. Die drei hassen mich richtig. Waren die für Level? Oh ja. Nicht so hoch. Mach mal Hallo YouTube draus. Wundervoll. Und I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again See you again See you again